Auf geht's zum Karven in den Eifeler Wald. Mächtige Holzrollen warten schon auf uns. Mit einer Profisäge legen wir sofort los. Alle Bauteile werden etwa 12 cm stark. Erst die schwarzen schneiden, daraus dann die Seiten schnitzen. Feinarbeiten erledigten wir mit der Akkusäge. Jetzt die Breite der Bank festlegen. Tipp! Vor dem Holzrücken essen Sie besser ein extra Schinkenbrot. Auch an den Appetit der Sägende. Sind Sitz- und Rückenfläche zugeschnitten, werden Sie verschraubt. Fertig. Zeit zum Chillen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.